Herzlich Willkommen zu einem Infovideo, weil ich kann momentan keine Videos machen, weil ich habe Halsweh und kann nur kurze Videos machen. Deshalb kommen vielleicht, vielleicht schaffe ich es ein paar Let's Lows oder Let's Test oder ich werde ein paar Infovideos machen und ich hoffe euch gefällt dieses Video und der Tobias, der Headshot, der kann leider nicht, weil sein Laptop, weil sein Ladekabel, der von dem Laptop ist kaputt und deshalb muss er einen neuen Bestellen und ja. Ja und ja, es werden momentan sehr 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 selten Videos gemacht, halt super Infovideos und ich hoffe und ich sage mal Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Infovideo oder so was. Oder ich werde wieder gesund. Bis bald!